Jetzt hatten wir über Jahre hinweg einen längeren Zeitraum gehabt, in dem Zombie-Filme und Serien sehr en vogue waren. Und beim Anschauen dieser Filme hat man sich immer gedacht, wie können sich die Charaktere so dumm verhalten und teilweise so leicht mit dem Virus anstecken. Ja, jetzt haben wir das Jahr 2020. Zugegebenermaßen Corona ist jetzt nicht so gefährlich wie ein Zombie-Virus. Aber dennoch finden landesweit Demonstrationen statt. In allen größeren Städten, so unter anderem auch in München, wo auf dem Marienplatz eine Demonstration für 80 Personen angemeldet war. Knapp 3000 sind erschienen. Es wurden keine Sicherheitsabstände eingehalten. Es wurde teilweise keine Maske getragen. Ja, und dann weiß man doch auch, dass die Filme, so doof wie sich da die Menschen teilweise verhalten, gar nicht so weit an der Realität vorbeischrammen. Also bitte Leute, egal für was ihr da demonstriert, wenn es auch Freiheit sein mag, die ihr gefährdet seht, bitte haltet wenigstens die Sicherheitsbestimmungen ein. Vielen Dank. PS, ich habe gehört, dass diesen Samstag sogar noch eine größere Demo stattfinden sollte auf der Münchner Theresienwiese. Angemeldet war das Ding wohl für knapp 10.000 Leute. Jetzt wurde es von Stadtwegen auf 1.000 begrenzt, was ich auch gut finde. Sag mal Leute, habt ihr sie noch alle? Ich weiß nicht, was der Quatsch soll, ehrlich gesagt. Ich meine, die Beschränkungen werden jetzt zum Teil schon gelockert. Vielleicht noch nicht endgültig, vielleicht ist das noch nicht das Ende. Aber das sind Maßnahmen zur Beschränkung der Verbreitung eines Viruses, von dem man noch nicht weiß, was es anrichten kann und welche Auswirkungen es auf den Menschen hat. Das sind keine Beschränkungen der Freiheitsrechte aus Spaß oder weil irgendwelche Hinterleute irgendwelchen Nutzen daraus hätten. Überlegt mal 5 Minuten. Welchen Nutzen hätten sie uns einzusperren? Keinen. Wir haben nicht mal mehr irgendwie ein ideologisches System, wie zum Beispiel in der DDR, wo es heißt, die Leute dürfen nicht das Land verlassen aus den und den Gründen. Das haben wir nicht. Was für Gründe hätten sie? Was nutzt es ihnen? Falls ihr ein bisschen aufgepasst habt in letzter Zeit, wenn irgendwelche Mächte, irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund am Werkeln wären, dann wären das wirtschaftliche Mächte. Die hätten nur was davon, wenn wir möglichst viel Geld verdienen und möglichst viel Geld ausgeben. Und durch diese Beschränkungen können wir das nicht. Das heißt, diese dunklen, ominösen Mächte würden sogar noch mehr unter dieser Krise und unter unserem Einsperren leiden. Also Leute, es ist zur Bekämpfung eines Viruses. Es sind Maßnahmen, die eingehalten werden sollten nach Möglichkeit. Es ist okay, wenn man die ein bisschen lockert und wenn man ein bisschen schaut, dass das Ganze wieder einigermaßen in normalere Bahnen kommt. Man muss ein bisschen aufpassen, wie der Verlauf des Viruses ist. Ja, und man wird auch wieder zu einem Punkt kommen, wo wieder alles seinen normalen Gang hat. Also eure Freiheit ist dadurch nicht beschränkt. Und noch was, Leute. Wir haben diese Maßnahmen jetzt seit eineinhalb Monaten. Unsere Großväter, Urgroßväter, ja, bei manchen Väter, waren in einem Krieg, der sechs Jahre gedauert hat. Diese Menschen haben in diesen sechs Jahren ihre Familien kaum gesehen. Manche von ihnen sind gestorben, haben niemals eine Familie gegründet. Manche von ihnen haben die Kinder, die sie in die Welt gesetzt haben, nie zu Gesicht bekommen. Ihr werdet es mal schaffen, dass ihr ein paar Monate durchhaltet und nicht von Freiheitsbeschränkungen faselt. Entschuldigung, also wirklich. Naja, wie dem auch sei. Mal gucken, wie die Demo am Samstag verläuft. Ich finde es auf jeden Fall saudumm. Bitte, Leute, wenn ihr irgendwie was gegen diese Maßnahmen sagen wollt, tut es im Internet. Tut es mit genügend Abstand. Aber bitte übertreibt nicht und bitte, ja, lauft nicht irgendwelchen Verschwörungstheoretikern her. Benutzt euer Hirn, denkt nach. Ich meine, es ist gut, manchmal die Regierung zu hinterfragen, aber wenn ihr dann die Regierung hinterfragt, dann bitte hinterfragt auch, welche ominösen Mächte dahinter stecken sollten und was der Nutzen ist. Und uns einfach so einzusperren wäre kein Nutzen für niemanden, außer es ist eine Clique vom Psychopathen. Das wäre die einzige Möglichkeit. Aber, Entschuldigung, Leute, das ist so weltfremd, dass es hier eine Verschwörung von Psychopathen gäbe, die uns alle einsperren wollte. Naja, ich fasel jetzt schon wieder zu lang. Das sollte eigentlich ein kurzes Video werden. Aber weil ich heute früh gehört habe, dass noch eine noch größere Demo angemeldet ist, musste ich das hier PS nochmal nachschieben. Jetzt ist das PS viel länger geworden als das eigentliche Video. Also, egal. Wollte ich einfach mal loswerden. Also bitte, Leute, benutzt euer Hirn, denkt nach. Unsere Freiheit ist dadurch zwar betroffen, aber nicht auf längere Sicht gefährdet. Wenn ihr was dagegen sagen wollt, tut es. Tut es meinetwegen auch laut, ist in Ordnung, das ist euer Recht. Aber Demonstrationen sind gerade das falsche Mittel. Nehmt das Internet. Das ist vollkommen legitim. Und wenn, sagen wir mal, das Ganze wieder gelockert ist und die Versammlungen wieder möglich sind, dann könnt ihr euch auch gerne wieder versammeln und gegen die Regierung demonstrieren und für Freiheit und weiß nicht was. Aber jetzt gerade ist es einfach der falsche Zeitpunkt, Leute. Und vor allem nach zwei Monaten. Entschuldigung. Also, das hält man mal durch. Und jetzt schauen wir uns. Als Woll ist. Vielen Dank.